Idyllische Landschaften, unberührte Wildnis und geheimnisvolle Wälder. Das schöne Donautal nahe der deutsch-österreichischen Grenze hat viel zu bieten. Der majestätische Donaukreuzer wird nicht nur von Touristen genutzt, nein, auch ein erfahrener Abenteurer kommt auf dem Wasserweg in sein Forschungsgebiet. Der mit allen Wassern gewaschene Wissenschaftler scheut keine Gefahr, wenn er Tag für Tag den Schätzen des Donautals nachjagt. Gestatten Ralf Braun, Biologe. Und das ist sein Hauptquartier, das Haus am Stroh. Die außergewöhnliche Form des Gebäudes erinnert an den Fluss, an dessen Ufer es liegt. Doch nicht nur daher hat das Haus am Strom seinen Namen. Es plätschert, es rauscht und wohin man schaut, Bäche, Brunnen und Wasserfälle. Das ideale Basislager für Ralf Brauns Expeditionen. Auch an diesem heißen Sommertag bricht er auf, um den Reichtümern des Donautals nachzuspüren. Kaum auf dem Weg trifft Ralf auf eine alte Bekannte. Der Legende nach lebt die Nixe Isabella in einem Palast und Fluss. Der Jochenstein ist, so sagt man, die Spitze davon, die aus der Donau ragt. Nach dieser ersten Begegnung macht sich der Biologe auch zu seinem nächsten Ziel. Auf einer sonnigen Lichtung, tief im Wald, will Ralf auf Insektenfang gehen. Na, das sah doch sehr vielversprechend aus. Auf seiner Expedition gibt es für den Abenteurer noch viel zu entdecken. Die Pimpernuss. Heiß begehrt als pflanzliches Viagra. Ja, da freut sich der Ralf. Die Pimpernuss wird natürlich sofort eingepackt. Jetzt geht es noch tiefer hinein in die dichten Wälder des Donautals. Oh, schon wieder was entdeckt. Eine seltene Schlange. Zack, erwischt. Die mystische Eskulap-Matte. Ein weiterer Schatz fürs Haus am Strom. Auf seiner Suche scheut Ralf keine Anstrengung. Nichts kann ihn aufhalten, kein Weg ist ihm zu steil. Eine kleine Erfrischung zwischendurch kommt da gerade recht. Und was haben wir hier? Die Blutwurz. Eine weitere Rarität des Donautals. Den habe ich auch in flüssiger Form da. Na dann, Ralf, auf dein Wohl. So gestärkt geht die Suche weiter. Denn der wertvollste Schatz fehlt ihm immer noch. Da ist was im Laub. Eine Spur. Jetzt ist er ganz nah dran. Endlich hat er sie gefunden. Die wunderschöne Smaragdeidechse. Jetzt heißt es schnell sein. Au, Mist. Das war wohl nichts. Jetzt krieg ich dich. Aber Ralf gibt nicht auf. Diesmal versucht er es mit einem Köder. Und tatsächlich, die Smaragdeidechse beißt an. Jetzt kommst du ins Haus am Strom. Da wird's gut aufgucken. Mit allen Schätzen im Gepäck macht der Abenteurer sich auf den Rückweg. Schon von Weitem hört Ralf Braun das Dröhnen des großen Wasserkraftwerks an der Donau. Durch die gewaltige Kraft des Flusses wird das gesamte Tal mit Strom versorgt. Beim Anblick der brausenden Wassermassen weiß der Forscher, dass es jetzt nicht mehr weit nach Hause ist. Puh, das war ganz schön anstrengend. Zurück im Haus am Strom gönnt sich der Biologe erstmal eine Erfrischung. Jetzt ist es an der Zeit sich um die mitgebrachten Schätze zu kümmern. Im Terrarium fühlt sich die Esculapnatter sichtlich wohl. Und auch die Smaragdeidechse bekommt ein schönes, kühles Plätzchen und fühlt sich gleich wie zu Hause. Am Nachmittag bekommt Ralf Besuch von ein paar Jungforschern. Gern zeigt er den Kindern seine gesammelten Schätze und trainiert mit ihnen für kommende Abenteuer. Natürlich bleibt dabei auch noch genug Zeit, um sich im Haus am Strom mal so richtig auszutoben. Das Donautal bietet wirklich unwahrscheinlich viele Reichtümer. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mit mir auf Entdeckungsreise zu gehen, dann kommt und besucht mich im Haus am Strom. Untertitelung des ZDF, 2020